Die getarnte Kamera im Thermometer ermöglicht die automatische Videoaufnahme per Bewegungserkennung oder manuelle Videoaufzeichnung. Die Steuerung erfolgt per Fernbedienung, gespeichert wird auf MicroSD-Karten. Die Stromversorgung kann per Netzteil oder Akku erfolgen. Der Akku hält mit einer Ladung für bis zu 24 Stunden. Hier sehen Sie nun das Originalbild der Kamera. www.alarm.de